Um zurück zum Ausgangspunkt am Messplatz zu gelangen, biegen Sie am Ende des Rathausplatzes links in die Hauptstraße ein und folgen Sie nach ca. 100 Metern der Beschilderung links zur Touristinformation. Wenn Sie die Hauptstraße bis zum Ende gehen, sehen Sie den Hohenstaufensaal, ein modernes Veranstaltungs- und Kulturzentrum. Hier befindet sich auch ein 3D-Digitalkino mit aktuellem und abwechslungsreichem Programm. Außerdem beherbergt er einige der Kesslerfresken, die im Rahmen einer Führung besichtigt werden können. Unweit des Hohenstaufensaals befindet sich der Ambeerpark, der aufgrund seines wertvollen alten Baumbestandes einen Abstecher wert ist. Der Park war ehemals in Privatbesitz und wurde 1998 Ambeer gewidmet, der französischen Partnerstadt Anweilers. Einen weiteren Park erreichen Sie von der Hauptstraße aus links über die Burgstraße, die Marquardt-Anlage. Hier gibt es schöne Spazierwege, einen kleinen See, ein Wassertretbecken und einen Spielplatz. Außerdem liegt hier eine Minigolfanlage und die Pfalzlamas sind hier ebenfalls zu Hause. Namensgeber des Parks ist Marquardt von Anweiler, der um 1140 bis 1202 zur Zeit der Stau verlebte. Er war oberster Heerführer des Kaisers Heinrich VI. und führte den Kriegszug 1194 gegen Sizilien. Da es ihm gelang, Sizilien zu erobern, wurde er zum Dank vom Kaiser zum Herzog der Emilia-Romania, Markra von Ancona und der Abruzzen ernannt. Es gelang ihm so, vom unfreien Niederenadel zum Hochadel aufzusteigen. Außerdem war er zeitweise einer der Erzieher des jungen Stauferkaisers Friedrich II. Sie möchten auch den Triefels besichtigen? Die Burg Triefels erreichen Sie zu Fuß ebenfalls über die Burgstraße und weiter über den Anweilerer Burgenweg und den Pfälzer Weinsteig. Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz neben der Marquardt-Anlage. Mit dem Pkw kann man über die Triefelsstraße bis zum Parkplatz Schlossäcker unterhalb der Burg fahren. Vom Bahnhof aus verkehrt auch ein Bus zum Parkplatz Schlossäcker. Von dort aus sind es noch etwa 20 Gehminuten bis zur Burg. Direkt neben dem Triefels kann man die Ruinen Annebus und Scharfenberg, genannt Münz, erwandern. Außerdem gibt es im Triefelsland weitere Burgruinen zu besichtigen, im Dernbachtal, Neuscharfenegg, Ramburg und Meisterseel. Von Sils aus erreicht man die Lindelbrunn. Auch an der Weinstraße reihen sich Burgen aneinander, vom Hambacher Schloss bei Neustadt über die Madenburg bei Eschbach bis hin zur Landeck bei Klingenmünster.